Im Umspannwerk brummen rund um die Uhr die Transformatoren, um die Stromversorgung sicherzustellen. Wenn immer mehr erneuerbare Energien ins Netz eingespeist werden, muss das vorhandene System überdacht werden. Denn Wind und Sonnenschein erzeugen Strom abhängig vom Wetter. Das führt zu Schwankungen beim Stromangebot. Noch bringen die Erneuerbaren manchmal weniger Strom als benötigt. In Zukunft werden sie Strom immer öfter über den Bedarf hinaus liefern. Die Wirtschaftsingenieurin Anke Weidlich will wissen, wie man die Versorgungssicherheit mit erneuerbaren Energien aufrechterhalten kann. Ein wichtiges Thema in unserer Forschung ist Flexibilität, also die Möglichkeit auf Schwankungen zu reagieren. Das ist eigentlich kein neues Thema. Bisher hatten wir schon Schwankungen der Last, die natürlich nachts niedriger ist als tagsüber. Und das kann man bisher mit konventionellen Kraftwerken ausgleichen. Jetzt haben wir die Erneuerbaren, die bringen zusätzliche Schwankungen hinein. Das heißt, wir haben zusätzlichen Bedarf, eben für diesen Ausgleich von Angebot und Nachfrage Möglichkeiten zu schaffen. Erneuerbare Energien setzen sich mehr und mehr durch. Das zeigt der Ausbau der Windenergie in Mitteleuropa. Vor Beginn der Ölkrise in den 70er Jahren gab es nur wenige Anlagen. Heute drehen sich vor allem in Nordeuropa zehntausende Windräder. Gesucht sind jetzt Mittel und Wege, diesen Strom bestmöglich zu nutzen und auch über große Strecken an Verbraucher weiterzuleiten. Wenn jetzt in Norddeutschland viel Wind weht, dann sind auf dem Weg beispielsweise die Verbrauchsschwerpunkte in Süddeutschland, aber auch vielleicht Richtung Schweiz und Italien Grenzen gesetzt, weil die Leitungen nur eine gewisse Leistung übertragen können. Und wenn die überschritten wird, dann haben wir einen Engpass. Ein Engpass mangels Übertragungsmöglichkeiten, obwohl es scheinbar überall Höchstspannungsleitungen gibt. Manche davon würden überlastet, versuchte man, allen Strom so durchzuleiten, wie er am Markt gehandelt wurde. Aber muss man das überhaupt angesichts preiswerter Solarzellen und Batteriespeicher? Da darf man nicht vergessen, dass natürlich der Stromverbrauch in Haushalten insgesamt ungefähr ein Fünftel des gesamten Stromverbrauchs ausmacht und dass natürlich auch die Industrie versorgt werden muss rund um die Uhr. Die Erzeugung und der Verbrauch von Strom fallen also nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich auseinander. Die Verteilung soll deshalb intelligenter werden. Intelligenz in dem Zusammenhang meint, dass wir bessere Kenntnis darüber haben, welche Anlagen gerade wie viel erzeugen, welche Anlagen welche Bedarfe haben und das besser aufeinander abstimmen. Verbraucher, die flexibel sind, also etwa eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher oder ein Elektroauto, das erst am nächsten Tag wieder gebraucht wird, könnten vor allem dann Strom bekommen, wenn viel davon da ist. Computerprogramme und moderne Elektronik kümmern sich dabei um die Koordination. Aber selbst wenn solche Steuermechanismen reibungslos funktionieren würden, würde das noch lange nicht eine reibungslose Energiewende bedeuten. Die Energiewende enthält viel sozialen Sprengstoff. Beispielsweise kann sich nur eine große Photovoltaikanlage installieren, wer ein großes Dach hat. Und das sind natürlich die, die ohnehin die höheren Einkommen haben. Schwierig ist auch, dass man dadurch, dass man viel Strom selbst erzeugt und in einer Batterie dann auch noch zwischenspeichern kann, um ihn abends zu verbrauchen, ich weniger Strom aus dem Netz beziehe und dadurch auch weniger an den Umlagen und Netzentgelten mich beteilige. Was zeigt, dass die Energiewende nur gelingen kann, wenn man bei ihrer Ausgestaltung eine ganzheitliche Betrachtung zugrunde legt. Ich muss mir immer überlegen, welche Technologien habe ich in welchem Anteil und welche Auswirkungen haben die dann jeweils auf die verschiedenen Sphären, ökologische, soziale und auch die Kosten. Und das in einer möglichst optimierten Betrachtung zu bewerten, ist Teil unserer Forschung. Die Forschung ist ergebnisoffen. Die Klimaziele stehen fest. Die Stromerzeugung der Zukunft wird ganz sicher schonend mit den Ressourcen und verantwortlich mit der Umwelt umgehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020